Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oh What's Ranked mit mir den Simon und leider ohne Lawrence. Was ist da passiert? Eigentlich haben wir diese Session ja zu zweit aufgenommen. Die ersten beiden Folgen waren ja mit ihm. Aber jetzt leider hatte er wieder diesen Bug mit seiner Grafikkarte. Irgendwie hatte er richtig oft diesen Bug mit der Grafikkarte und jetzt muss er 30 Minuten warten bis er ins Game kommt und dann hat er nicht mehr genug Zeit für Matcher und leider müssen wir jetzt ohne ihn aufnehmen. Immerhin haben wir zwei Folgen mit Lawrence aufnehmen können. Das ist ja auch mal wieder ein kleines Highlight, weil wir ja echt lange nicht mehr mit ihm spielen konnten. Nichtsdestotrotz sind wir motiviert und versuchen hochzukommen. Ich bin ja jetzt 2225, das ist eigentlich ganz solide. Ich glaube ich habe auch wieder ein bisschen mehr Lust und werde vielleicht außerhalb der Aufnahme noch ein bisschen mit Lawrence spielen, wer weiß. Gucke ich mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns wieder im Match und hoffen, dass wir jetzt noch eine richtig geile Runde zum Schluss bekommen. Bis dann, ciao. Hallo, da sind wir wieder. Wir spielen auf Oasis. 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 Geht so, die Map. Bin ich eher so ein... Geht so. Wollen wir vielleicht mal Reaper versuchen? Eigentlich bin ich ja schlecht mit Reaper, aber jetzt wo Lawrence da ist, habe ich eigentlich keinen Zeitdruck, weil normalerweise hat Lawrence nicht so viel Zeit und deshalb muss ich mich immer bei allen Folgen aufzunehmen. Ja, wobei geht. Wir haben ja auch ein paar Folgen ausgelassen aus der Session heute. Aber ich fühle mich ein bisschen. Ich fühle mich gut. Ich spiele heute mal Reaper. Kann natürlich ultra in die Hose gehen, weil ich mit Reaper nicht so krass gut bin. Vielleicht muss ich auch wechseln, damit wir wenigstens gewinnen. Aber vielleicht ist das ja ein Selbstläufer-Team, wo ich einfach mal Reaper spielen kann. Hallo. Hey. Ich habe mir einen anderen Skin genommen, einfach so. Das ist der... La Cucaracha Skin. Der Spanische, wo der eine Gitarre hinten drauf hat. Hey. Hey. Soldier 76. Wir haben zwei Healer. Geht eigentlich ganz gut ab, ey. Wenn ich gut performe, dann könnte das vielleicht sogar eine gute Runde werden. Ich darf nur nicht zu viel zittern. Weil immer, wenn jemand kommt und ich schießen muss, dann... Ah. Kriege ich eine wackelige Hand. Wobei wir einen Roadhog haben, ne? Ob das gut ist? Ich weiß ja nicht. Okay, wir sollten... Eigentlich müssen wir flanken, ne? Oh, oh. Uiuiuiui. Okay. Die konnten wir Damage machen, bei der. Okay. Der Roadhog hat sie bekommen. Zielpunkt ist aktiv... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay, nice. Guck mal, wir haben zwei Lötte getötet. Ging doch. Oh Gott, die Pharah ist halt ein bisschen nervig. Ich muss vielleicht ein bisschen versteckt stehen. Bam, bam, bam. Guck mal, die hat gar nicht drauf geachtet. Auf ihr Anzug. Oh Gott. Ich hab gleich Ulti. Vielleicht kann ich da rein ulten. Okay, das hat nicht viel gebracht. Ging doch, geht doch. Ah, oh Gott. Ich heim mich halt selber, das ist ultra gut. Okay, den haben wir fast bekommen. Aua. Oh Gott, oh Gott. Schnell weg. Okay, der Pharah konnten wir ein bisschen geben. Haha, da wollte sie sich verstecken, aber nicht mit mir. Madame. Oh lol, Alter. Alter, kann ich gerade viel Damage machen. Alter, die beachten mich einfach gar nicht. Was ist das für eine Trollrunde? Alter, guck mal, ich hab Goldschaden. Nice, nice, nice. Oh Gott. Oh weih, mir geht's nicht so gut. Chill ein bisschen. Ist da wieder Pharah oben? Ich hab's nicht ganz gesehen. Ist er auf jeden Fall ein Selbstläufer. Oh no, ich Idiot. Ah, fuck. Ich wollte gerade noch mich, äh, mich retten mit meinem, äh, mit seiner Stealthfähigkeit. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ja, ich wurde sogar wiederbelebt. Alter, das war ultra nice. Bam, bam. Ey, geil, ey. Reaper macht Spaß. Das funktioniert auch super. Oh man, ey. Das ist aber auch echt ein gutes Team als Reaper. Wenn man dann, äh, immer wieder geheilt wird, ist einfach super nice. Wobei ich mich auch selber sehr viel heile, ne? Boah, am meisten Schaden, ey. Ich weiß nicht. Das hatte ich bis jetzt immer nur mit Roadhog. Weil ich ja kein DD oder so was spiele, ne? Aber auf Oasis ging das gerade echt sehr gut mit den Reimballern. Mein Skin sieht aus, als hätte ich Pistolen, ne? Erst hörst du zu, dann töte ich. Was? Erst hörst du zu, dann töte ich. Ich mag seine Stimme, wenn er so dunkel wird, so. Stör mich nicht so an, wenn dir deine Augen hiebsen. Hört sich mega cool an. Okay. Konzentrieren wir uns wieder und versuchen, nicht in die Farad zu laufen. Die ist wahrscheinlich da rechts, wa? Okay. Ich geh safe außenrum. Okay. Hallo! Oh, Alter! Was hat mich da gekillt? Der Genji? War es so low? Guck mal, der hat gar nicht mehr zu mir hingeguckt. Der hat mir aber nur 13 Schaden gemacht, oder nicht? Für mich gibt es keine letzte Ruhe. Er sagt das auch nie episch, sondern einfach nur so. Oh, Alter. Genji macht mir gefühlt richtig viel Damage. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich werde geheilt. Für den letzten Dank. Für den letzten Dank. Aua. Oh Gott. Ich bin einfach reingegangen. Weil ich Angst vor der Ulti hatte. Wee. Oh, oh. Uh, uh, bin ich low. Ich glaube, ich gehe mal oben rein. Folgen mal den Road Dog. Ach, komm. Was ist doch Mist. Haha! Okay, die kann mitkennen. Oh Gott. Nein! Ich habe doch meine... Okay. Alter. Die wollte mich brutzeln. Ich glaube, ich habe fast Ulti, ne? Okay. Oh, nein! Oh, was hat mich gekillt? Scheiße, ich wollte richtig geile Ulti machen. Ah, fuck, ey. Mein Ulti ist auch weg, ne? Upsala. Jetzt habe ich außerdem meinen Shadowling gedrückt. Die haben den ganzen Punkt... Wir haben 0%. Lol. Krass. Okay, wir müssen auf den Punkt auf jeden Fall. Okay, Verlängerung. Oh Gott. Oh, hey. Ach, Mann. Nein, ich war am Schlafen. Oder was? War ich am Schlafen? Oder war ich gestunt? Was hat mich einschlafen lassen? Ich weiß es nicht mal. Ich war gestunt, aber was haben die in dem Gegnerteam, was mich stunt? Ach, war das die Ulti von Reinhardt? Achso. Ich verstehe. Die Ulti von Reinhardt hat mich da hinten irgendwie getroffen, wie auch immer das passiert ist. Okay, das war's. Oh, schade. Der war was? Die erste Runde war so cool. Da konnte ich richtig viel machen. Aber jetzt haben die irgendwie... Jetzt haben die... Mit Symmetra halt richtig sind die abgegangen, was eigentlich bescheuert ist. Auf Oasis Symmetra. Irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich glaub aber... Ich glaub, ich bleib einfach mal bei Reaper. Ich hab Lust zu ballern. Fernkampfballern ist echt nicht so gut. Oh, Risa. Oh, die hat einen blauen Skin. Hey! Oh, wir haben Affen. Ich muss, ich muss... Meine Ulti hat leider nicht getroffen. Das war ein bisschen ärgerlich. Die Ulti beim Lucio, wo der Lucio mich gekillt war. Das hat... Das riecht mich ein bisschen auf. Das hätte eine richtig coole Ulti werden können. Aber der hat mich einfach irgendwie gekillt. Okay, wir versuchen ein bisschen... Ne? Das können wir schon mal wegmachen. Okay. Jetzt! Das war gut. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Wir konnten die Healerin töten. Das ist genau unser Job als Flanker. Ähm, das haben wir gemacht. Das war ganz gut. Ich hatte richtig Angst, als ich da von oben auf die draufgefallen bin, ey. Dass ich einfach alles misse. Ich hab sie auch nicht direkt getötet. Okay, die haben eigentlich keine Healer. Obwohl die wahrscheinlich schon wieder da ist, die Mercy, oder? Die ist relativ früh gestorben. Ich bin leider danach gestorben, nachdem ich die Geschütze alle geklirrt habe. Die sollte schon wieder da sein. Ich hatte ein bisschen Angst. Ballern! Okay, der ist tot. Oh Gott, die müssen auch fast tot sein. Oh, da ist eine Mercy. Cool. Oh, ich hab super viel Leben. Das muss ich eigentlich ausnutzen. Oh oh. Alter. Ah, ich hatte Ulti. Aber ich bin sowieso direkt gestorben. Durch was? Was bin ich gestorben? Ach, der... Genji war voll auf mir. Den hab ich nicht gesehen. Oder ich hab... Ich hab nicht gesehen, dass der mich gefokust hat. Scheiße, der hat schon wieder 40%, ey. Dabei mach ich gar nicht mal so einen Kackjob, Fragezeichen. Ich bin halt schon am Ballern. Ich hab jetzt meine Ulti, ey. Ich will die nicht verschwenden. Okay. Okay. Wir werden den Anzug kamen, wa? Ja, sterb, 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 sterb. Ja. Haha. Woo. Alter, sind jetzt oben rechts. Oh, meine erste gute Reaper-Ulti. Jawoll. Geil. Vielleicht hätten wir die sowieso alle gekillt, aber das war schon nice, ey. Boah, es hat sich so gut angefühlt, ey. Okay, die Mercy wäre unser Ziel jetzt. Ich baller ein bisschen einfach auf das Schild. Dann hat der keins mehr. Okay. Oh Gott, um die Ecke. Hui, ui, ui. Okay, gehen wir mal von hinten rein. Oh Gott, ey. Ich nichts getroffen hab. Aua, aua. Okay. Ich bin euer Tod. Ja. Das läuft doch. Das läuft doch. Oh Gott, die haben, die lasern gerade ein bisschen. Okay. Okay, die haben da Geschütze aufgebaut. Okay, mir geht's nicht gut. Ah, seht ihr das? Das war nicht gut. Heilt mich, meine Ulti? Heilt mich, meine Ulti? Äh. Fügt einen in den Schaden zu. Ich glaub nicht, dass die mich halt. Ich dachte, die halten mich. Deshalb wollte ich so einen kleinen Trick machen. So, okay, ich geh weg. Und dann, bam, Ulti. Ach, nö, die haben den Punkt. Oh, 96 haben wir. Immer fest, der Truf, das ist der Gegner. Okay, die kennen uns gerade alle. Oh Gott, ey. Wenn ich jetzt Ulti gehabt hätte, ne? Oh, lol. Ich wollt mich eigentlich noch retten. Scheiße, ey. Das war ein bisschen zu knapp. Ich hätte mich fast noch gerettet. Ah, die haben einen Schildgenerator. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Aber ob wir überhaupt noch drauf kommen, ist die Frage. Ach, scheiße. Das lief eigentlich super gut. Gut. Komm. Ah, wir kommen nicht drauf. Nein. Ah, wir hatten super 4%, ey. Scheiße. Boah, ich will das Match eigentlich gewinnen, ey. Ich hab eine coole Ulti in der Runde gerade gemacht. Durch das haben wir, durch die Ulti konnten wir auch das noch einnehmen, ne? Hm. I guess I'm the only one who's after mercy. Naja, geht. Wohl, ich hab sie nicht so oft getötet, das stimmt. Oh, Mann, oh, Mann. Die, die, die. Das haben wir gerade gewonnen. Yes, please. Fokus die Healer. Ja, okay. Versuchen wir. Können wir versuchen. Ich hab relativ oft auf Tanks einfach geballert, das stimmt. Die Diva und den Reinhardt, der hab ich oft einfach versucht abzuknallen. Nehmen Sie den Siegpunkt ein. Okay. Müsste der Elf ein bisschen außenrum. Mann, ey. Jetzt weiß sie, wo ich bin. Oh, guck mal, ich hab jemanden gekilltet. Okay. Oh Gott. Ah, der Anzug ist kaputt. Bam. Wie ruhig ich hinter ihm stand. Okay, nice. Da konnte ich gerade wieder was machen, ey. Okay. Nicht zu viel, nicht zu viel. Nehmen wir mal ein bisschen Deckung wieder. Vielleicht kommen die ja gleich lang. Aua. Alter. Uiuiui. Ich geh auch immer dann rein, wenn die irgendwas machen. Okay, der ist tot. Loll. Da ist ein Genji. Okay, die haben wir gekillt. Oh, die Messie. Ach, scheiße. Ich hätte mich unsichtbar machen sollen. Nice. Ich hab Ulti. Haha, lol. Sterb, sterb, sterb. Wie viel die Schaden ich gemacht hab. Ich hab richtig wenig Schaden da irgendwie gemacht. Haha, aber das war lustig. Die Ulti. Wo ist der Schildgenerator? Ich sollte den Schildgenerator suchen. Hier kann ich nicht weiter. Der ist bestimmt hier hinten irgendwo, wüsste. Wo ist der Schildgenerator? Hallo, Lucio. Oh, er ist so schnell für mich. Ja, das ist nervig. Ich weiß. Ich sollte auch eigentlich versuchen, mir den zu holen, weißt du. Wo ist der Schildgenerator? Wo ist er? Der muss hier irgendwo sein. Oh, ich darf nicht zu viel Zeit damit verschwinden. Wo ist der? Er hat mir nicht gefunden. Ich habe versagt. Ich weiß. Oh Gott, ich versuche hier zu ballern. Oh, fuck, ey. Ah, wir hatten 99%, ey. Ich hatte auch kurz einen blöden Lack irgendwie, ne? Ich habe versucht, diesen scheiß Schildgenerator zu finden, aber der war da nirgends so. Haha, Mercy. Ist ja gut. Warum habe ich nur 60 FPS die ganze Zeit? Ist irgendwie nervig. Als wenn ich das aus Versehen gecappt hätte oder so. Wir müssen diesen Schildgenerator kaputt machen. Wie ist der denn? Ballern! Damage! Für euch. Oh, lol. Hey, Mercy. Alles cool? Haha. Wuhu. Komm, schieb doch. Bei mir läuft gerade richtig. Lol. Und dann bin ich tot. Mercy wieder am Leben. Oh mein Gott, Mercy. Mercy. Oh, sie ist im Spawn. No. Ey, ich habe super viel Damage gemacht, oder nicht? Ich war da super gut, oder nicht? Ich konnte richtig viele Leute killen. 31 Eliminierung. Ich bin voll gut. Warum ist das denn so seltsam am Köln? 60 FPS. Das läuft einfach gar nicht smooth. Wir haben immer noch den Schildgenerator. Ne, ich glaube, die haben den nicht mehr. Ist der abgelaufen? Geht das überhaupt? Ich glaube, der kann nicht ablaufen. Oi, 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 oi. Okay, jetzt haben sie wieder einen. Oh, weia. Mir geht's nicht so gut. Fuck, ich hatte mein... Ich hatte mein Ding. Ich hatte mein Verschwinden. Oh nein, und jetzt haben wir nicht genug Zeit, um wieder auf den Punkt zu kommen. Leute, das haben die einfach. No, das haben wir verloren. Oh, wie sad. Ich war übergut. Guck dir meine Stats an. Ich war doch wirklich gut, oder nicht? Ah, scheiße, ey. Das hätte noch so spannend werden können. Aber einmal beim Push, da war ich... Als ich den Teleporter gesucht habe, da war ich halt ein bisschen useless. Okay. Alter, okay. Da konnte der halt alle auf einmal schlitzen. Ui, ui, ui. Danach wurden wir ja wiederbelebt. Also von daher ging eigentlich... Schaden gegen Helden. 32... Das Stimschaden gegen Helden. 32%. Okay. Ich habe auch viel Damage gemacht. Ich habe Silber. Also würde ich... Bei der Add 19.000. Wie viel hatte ich? Ich glaube, 15.000, ne? Joa. Ich habe aber Eliminierung überfühlt. Ich habe halt richtig viele Leute killen können dann, ne? Ich war eigentlich gut. Ich war wirklich gut mit Reaper. Ich hatte aber eine gute Reaper-Runde. Und wir haben verloren. Das heißt, es war kein Selbstläufer. Ich war an sich einfach nur gut. Fand ich krass. Ich meine, ich war nicht durchgehend gut, ne? Aber ich bin eigentlich zufrieden mit der Runde. Auch wenn wir sie jetzt leider verloren haben. War eine spannende Runde. Wenn wir das letzte Match jetzt gerade noch gewonnen hätten, ne? Wir hatten ja auch 90%. Oh. So, unlucky und knapp. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich eine gute Runde mit Reaper mal wieder hatte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.